Hi! Heute wird geschossen und zwar ist das ein kaputter Fernseher. Noch nicht kaputt, aber bald. Hier sind verschiedenste Wafentypen mit denen rumgeknallt wird. Mal sehen was passiert. Und gleich jetzt los. Wir zerschießen die Einrichtung. Und zwar ein Kleber Compound Bogen, bilde ich aber effektiv. Eine MP5 mit Rotpunkt Visier. Dann haben wir hier eine CZ-75, eine wunderbare Handfeuerwaffe, die dafür Spaß macht. Dann haben wir hier noch ein GSG M11 Generation 2 mit entsprechenden Diabolos. Das ist mein Nachbar. Mein Nachbar ist Besitzer dieser Pistole. Er hat aus Versehen auf seinen Fernseher geschossen. Und dabei dieses Loch und dieses Loch hinzugefügt. Das ist unser Gevügt. Das war auch noch mal 2, MP5. So, was das? Ja, der Fernseher lebt noch, er spricht noch. Ist noch nicht viel passiert? Naja. Wenn alles Lust bringt, dann wird's eine Rambe rüber. Wenn nichts funktioniert, dann muss ich mit dir Ball vorgehen. Eins, zwei... Was? Raktiale, Gewalt, jetzt weiter. Eins, zwei... wo ist das? Und... Ach, was, was für das? Ich geh, ich damme auf! Boah!